3, 2, 1 Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Das war absolut kein gutes Spiel. Das ging gar nicht. Das Spiel ist vorbei. Leider war das echt nicht so ein tolles Spiel. Ja, was warst du denn da, Junge? Hau dir doch rein, was soll das denn? Oh! Verspätet aber doch noch die OT-Karte für Boateng. Hat er da schon eine gelbe? Geisteskrank, Alter! Acht Schritten beim Mitarbeitenden Kader. Acht Weltmeister und davon hast du überhaupt gar nichts gesehen. Das war wirklich, wie gesagt, die Leistung war desaströs. Die Körpersprache, die war so schlimm. Ich komme jetzt in der ersten Hefte fast nicht mit angucken, was wir da gespielt haben. Ich weiß auch nicht, was ich Löwen dabei gedacht habe. Nein, mein Götzefeld. Götzefeld. Götzefeld, Götze macht die Tore. Hm, Jogi? Da hätten sie mal geguckt, ne? Jetzt gibt es das Tor! Woa!! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ja! 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 Ja, ja! 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 Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warst du ein geiler Sieg oder nicht? Ich kann ihn nicht beschweren, das war überragend! Überragend Traumtour! Die Nummer 1 sind hier! Die Nummer 1 sind hier! Dann spielt es aus! Deutschland sind jetzt die Weltmeisterschaft! Nach der Kapitaze! Und das war's, Freunde! Der Fluch des Weltmeisters hat wieder mal zugeschlagen! Gib mir doch mal ganz kurz einen Einblick in deine Gefühlslage gerade! Ich fühle gerade eigentlich nicht so wirklich was! Ich muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, damit ich nicht heule! Dann schauen wir sie auf! Dann schauen wir sich an... Dann schauen wir uns bei dir an! Das war's, du sagst! Du sagst du dich? Das war's! Und der sei, bist du nicht! Bis zum nächsten Mal.